Mal wieder zurück, mal endlich ein kleines Video. Ihr habt es ja schon mitbekommen, dass ich die Skins jetzt immer verschenke. Ich habe jetzt noch 32.365 V-Works. Oben rechts, lasst euch nicht irritieren, ich habe halt 3 Accounts jetzt mit Rettet die Welt. Und in dem Sinne würde ich sagen, geht der nächste Skin auch wieder raus. Der geht diesmal aus an Toxic. So, welcher war das jetzt? Zack, zack, zack. Eben hatte ich einen Drecks. Er wollte nämlich Sagan haben, den einfach auf Freunde schenken. Zack. Einmal. Soll ich es machen? Soll ich es machen? Willst du ihn wirklich haben? Aber denkt dran, wenn ihr auch einen Skinn haben wollt, einfach auf Twitch vorbeischauen, YT, Family Hack. Oder sucht einfach Family Hack, weil ich werde den Namen ändern auf komplett nur Family Hack, wenn Twitch es zulässt. Und da könnt ihr ganz entspannt mit Kanalpunkten halt Kanalpunkte sammeln, die könnt ihr dann einlösen für einen Skinn. So hat der Toxic das auch gemacht. In dem Sinne würde ich sagen, hier auf jeden Fall viel Spaß mit dem Skinn. Danke für den Support, weil es ist einfach nur ein Dankeschön. Ich habe ja gesagt, ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie viele Skinn sehe. Ich brauche eigentlich keine mehr. Also in dem Sinne, hier auf jeden Fall viel Spaß mit dem Skinn. Du darfst gerne ein Like da. Wenn du kein Abonnent bist, gerne ein Abo dalassen. Flass die Mons auf Twitch. In dem Sinne, tschü tschü. So, hat er das auch gemacht. Zack, zack. Ich habe mich verschenkt wieder einen Skinn und habe es selber nicht. Ich hoffe, er ist auch angekommen, Toxic. Würde ich sagen, in dem Sinne bin ich auch jetzt wirklich raus aus dem Video. Tschüss, Tschüss.